über 250 stunden kommst du wirklich nur wenn du jeden tag wo es gut ist fliegen gehst das bedeutet du arbeitest in der regel im sommer kaum noch und dann habe ich herausgefunden wow es ist august und ich habe ein komplettes flug burnout also ich hatte im august keinen bock mehr fliegen und dann waren wir halt an der gränte jeder hat sich da gefreut und ich war da wie so ein wie so ein geist ich wusste ich muss jetzt funktionieren ich muss jetzt meine 270 fliegen sonst bin ich in der wertung hinten aber ich habe da keinen spaß mehr gehabt potzglitz der lugleits podcast geschichten aus dem kosmos des gleitschimpfliens heute mit maximilian leutl und ich bin lucian haas wie lange sollte man eigentlich schon fliegen um an dem extremen abenteuerrennen red bull x-alps kreuz und quer über die alpen teilzunehmen reichen drei jahre nach dem erhalt des bescheins für den 29 jahre jungen maximilian leudl aus dem chiemgau schon mit einigen beeindruckenden erfolgen im xc fliegen und bei hike and fly rennen wie dem border race im gepäck hat er sich erfolgreich für die x-alps 2023 beworben jetzt steckt maximilian mitten im training er sieht aber gar nicht alles durch die rosa rote brille mit der solche aktivitäten üblicherweise von den kommenden x-alplan auf den sozialen kanälen gefeiert werden max scheut sich nicht davor auch von den entbehrungen und risiken zu sprechen denen er sich damit aussetzt überhaupt ist max ein kritischer geist der in den sechs jahren seiner flieger karriere schon erstaunlich tief in den leistungsorientierten teil der gleitschirmszene eingetaucht ist welche selbst und fremderkenntnisse er dabei gewonnen hat darüber erzählt er in dieser folge nr 104 von potzglitz es ist ein so unterhaltsames wie hintergründiges gespräch zuweilen provokant aber auch entwaffnend ehrlich liefert max einige gedanken anstöße für die eigene herangehensweise an die gleitschirmpflegerei wenn dir potzglitz gefällt dann unterstütze meine arbeit als förderer wie das ganz einfach und ohne jede verpflichtung möglich ist erfährst du auf der webseite meines gleitschirmblogs luglites und zwar dort auf der seite fördern max du bist jetzt 29 jahre alt wie lange willst du eigentlich noch gleitschirmpflegen vermutlich nicht mehr so lange weil ich rausgefunden habe dass es ein sehr gefährliches hobby werden kann wenn man es im extremen macht und ich vermute jetzt mal noch dieses jahr ziehe ich komplett durch und dann werde ich ein bisschen gemütlicher ein bisschen gemütlicher was heißt das bei dir kannst du das überhaupt ich kann es ich habe es letztes jahr schon rausgefunden dass ich einen gang zurückschalten kann und das bedeutet dann dass ich vom wettkampfflegen mich ein bisschen destenzieren wert von diesen extremen punkte fliegen und dann werde ich vielleicht noch ein paar abgleiter machen und alpine sachen einfach berg hoch laufen und dann runter fliegen ohne xc du hast mir als vorbereitung so ein paar dinge geschrieben und da hast du was jetzt dazu passt und was zu meiner frage führte da hast du mir geschrieben risiko du wärst der meinung dass alles außer abgleiter im grunde beim gleitschirmpfliegen gefährlich ist warum aus meiner kurzen erfahrung habe ich oft gesehen dass sehr viel passiert also ich habe jetzt in den letzten fünf jahren schon drei freunde verloren beim fliegen und sobald man vom berg weg fliegt da setzt man sich einfach gefahren aus wie leh situationen die man nicht nicht berechnen kann und ab dann fängt das risiko für mich an und das hat sich leider auch bestätigt trotzdem gehst du zurzeit beim gleitschirmpfliegen im grunde all in und im sommer wirst du bei den red bull x alps teilnehmen ist das sozusagen dann dein himmelfahrts kommando das ist das absolute paradox ja also ich trainiere zurzeit in echt komischen bedingungen wo ich mir selber manchmal sagt oh mein gott was machst du gerade und nebenbei war ich gerade auf der beerdigung von dem kumpel und das passt irgendwie nicht zusammen und da habe ich definitiv gewissens bisher du wirst es aber durchziehen auf jeden fall ja die motivation ist da ich bin nicht ein typ der halbe sachen macht also ich ziehe das jetzt komplett durch und versuche natürlich das risiko so gering wie möglich zu halten wobei wir alle wissen dass das ja nicht so einfach ist kann man an einem solchen wettbewerb teilnehmen und ein risiko reduzieren nein ganz sicher nicht ich habe mit vielen leuten nicht schon geredet die bei den x-halbs waren und man sagt zwar immer okay da wird schon auf sicherheit geschaut und so weil jeder der irgendwie dabei war der weiß ganz genau dass da wird volle pulle geflogen und risiko ist da einfach mit man man rechnet mit dem risiko ich meine diese erkenntnis dass gleichschirmfliegen vielleicht gefährlich ist wirst du ja jetzt nicht erst in den letzten zwei monaten bekommen haben schätze ich mal wie bist du dann trotzdem auf die idee gekommen dich für ein so riskantes abenteuer eigentlich einzulassen und mich eben halt zu bewerben und um an den red bull x-halbs teilzunehmen sehr gute frage es ist die die herausforderung ich habe was gesucht an dem ich persönlich wachsen kann und da dachte ich mir okay x-halbs das das ultimative goal im hike and fly gleitschirmfliegen und mein ziel ist es da unfallfreie teilzunehmen und das war eben die idee dahinter dass ich wachse persönlich und keinen unfall baue das ist so könnte man nicht auch wachsen und keine unfälle bauen ohne an einem solchen wettbewerb teilzunehmen das stimmt aber ich ich glaube ich habe herausgefunden dass ich so ein typ bin der ab und zu herausforderungen braucht das ist einfach mein charakter du hast jetzt gerade mal knapp zwei jahre den b-schein wenn jeder das so hört oder denkt wird sagen wie kann einer mit eigentlich so wenig erfahrung zumindest auf dem papier scheint das erst mal so dass man sagt wie kann einer mit so wenig erfahrung es überhaupt schaffen dass er da ausgewählt wird was hast du gemacht dass das geht ja genau das stimmt wirklich seit zweieinhalb jahren habe ich jetzt den b-schein den habe ich bei michael sommerer gemacht und ich kann mich noch gut erinnern ich habe den somit auch mal angehauen ob er mir einen soft shackle einbauen kann immer gut zeug und der hat mich ausgelacht und meinte nur er willst du jetzt echt 60 gramm sparen oder so weil für ihn war das eine andere welt ja und dann hat er den soft shackle eingebaut und dann habe ich die border races gemacht bin dann eben zur deutschen liga hinzugekommen und xc fliegen und dann hatte ich viel mit dem ferdinand vogel dann kontakt und ich glaube der hat dann so ein bisschen gesehen dass ich recht sicher fliege und dass ich dann eben doch schon erfahrung dazu gewonnen habe die letzten zwei drei jahre und so habe ich mich dann getraut mich da anzumelden und so wurde ich auch genommen weil die leute gesehen haben okay irgendwie muss es der irgendwie ein bisschen können so ist es dann gelaufen ja hast du denn einen sportlichen hintergrund also auch dass du schon an den border races so teilgenommen hast und da auch gewonnen hast ja ganz großes thema und zwar bei mir ist so ich bin mein ganzes leben schon sportlich gewesen und was mir zugute gekommen ist ich kite surfe seit über zehn jahren und da hat man schon immer diesen schirm über über einen selbst und du schaust nie hoch weißt aber immer genau die position wo dieser schirm ist und das ist beim gleitschirm fliegen halt komplett das gleiche und das heißt ich habe einfach von diesen ganzen anderen sportarten davor total viel mitgenommen und darum war mein mein werdegang relativ flott beim gleitschirm fliegen was von den anderen sportarten ich mal beim kite beim kiten kann man sich das vorstellen wie stark da die das ist was man quasi übertragen kann an wissen oder ein körpergefühl beziehungsweise auch schirmgefühl wie du nennst man weiß sofort wo ist der schirm eigentlich obwohl man ihn gar nicht im auge hat welche anderen sportarten hast du gemacht und was haben die dann auch noch zu dem gleitschirm fliegen quasi beigetragen ich segel ganz gerne und von dem her hatte ich dieses ganze wetter meteo wissen schon ich weiß immer wieder wind hier geht wo ich wohne im chiemgau und das ist einfach seit 15 jahren schaue ich da immer wie gibt der wind wo da habe ich sehr viel über das wetter eben gelernt von der leichtathletik her weiß nicht seit der seit der grundschule bin ich in der leichtathletik gewesen daher kommt dieser laufpart bei mir diese ganze motorik das habe ich praktisch vielleicht über skifahren irgendwie gelernt ich habe immer alles so ein bisschen im wettkampf modus gemacht die sportarten und da daraus ergibt sich dann das komplette bild und das hilft mir beim fliegen viel weiter jetzt kommen die x-alps wie stark beherrschen die aktuell dein leben ja komplett also seit ersten märz habe ich mir jetzt freigenommen bis juli davor war das training schon recht intensiv aber jetzt wird es noch intensiver und ich habe jetzt schon gemerkt dass ich sozial so ein bisschen vereinsame gerade weil ich gehe halt in die arbeit ein bisschen dann komme ich zurück setze mich aufs rad auf die rolle gehe auf den berg und sozialleben ist bei mir recht wenig geworden ich bin eigentlich ein sozialer typ es ist sehr ungewohnt jetzt für mich dass ich kaum noch leute sehe ich war jetzt gerade am wochenende in basano das war das erste mal dass ich wieder leute sehe ich sage mal so ich bin jetzt zu 95 prozent bei den x-alps und die restlichen fünf prozent sind vielleicht noch die momente wo ich nicht wo ich mir ein bisschen auszeit nehmen wie trainierst du dafür was machst du da ich habe jetzt schon recht viel probiert dieses ganze standard programm mit laufen radfahren und so weiter habe ich probiert aber wir hatten jetzt mal neue ansätze mit hypoxid training dass jemand auf mich zugekommen hat mich gefragt so herr max du fliegst doch dann bestimmt auf 4000 meter in chamonix wie schaut es denn bei dir aus sollen wir da nicht mal dich in höhenkammer stellen hast du keine vorzüge dann beim fliegen wenn einfach dein körper auf die höhe eingestellt ist und das habe ich wirklich mal probiert und bisschen durchgezogen das heißt du gehst in so eine höhenkammer da wird dann der luftdruck gesenkt auf ca 3000 meter dann kriegst du so eine kontrollnadel auf dem finger der dieser sauerstoffgehalt im blut misst und dann trainierst du da und du merkst schon es ist viel anstrengender als wenn du es normal laufen gehst und der körper sollte ihm dann diese hormone bilden erotropietrin die dann dafür sorgen dass das gehirn dass der sauerstoff angereichert wird im blut und das war jetzt mal mein ansatz der kommt ja schon aus dem leistungssport ich dachte wird es vielleicht lohnt sich das jetzt fürs fliegen zu probieren es ist aber sehr umständlich mit der höhenkammer darum mache ich das jetzt nicht so oft ich gehe viel laufen jetzt wieder einfach ohne höhenkammer das ist mein ansatz jetzt wieder höhenkammer ist in der kammer kannst du aber auch sport treiben bist du damit im rad auf der rolle auch in in der höhenkammer oder gibt es ein laufband auf dem du da rumläufst oder sitzt man da rum und ich bin jetzt auf 3000 meter ja genau du hast praktisch entweder mit einer atemgasmaske erzeugt für diesen sauerstoffmangel oder eben eine riesen höhenkammer und da sind die ganzen ergometer drinnen also laufen laufband alles so der maß da kannst du dich richtig vernichten musst du das denn finanzieren also musst du dann zahlen da was kostet eine stunde höhenkammer eine super interessante frage ich wurde kontaktiert von diesem unternehmen habe dann auch probiert kostenlos aber ich bin bei sponsoren so ein bisschen ganz war ich bin sehr gern selbstständig und ich lasse mir nichts bezahlen und ich habe dann gesagt ich will nichts gesponsert bekommen ist übrigens auch bei den schirmen so ein bisschen das thema ich will einfach komplett selbstständig sein und ich will auch niemals in meinem schirm eine marke kleben haben hinter der ich nicht hundertprozentig stehe darum ich finde ziemlich selbst baust doch deinen eigenen schirm am liebsten würde ich gern machen aber ich glaube dafür ist die zeit nicht außer höhenkammer hast du denn so einen richtigen trainingsplan also hast du einen vielleicht ausgebildeten trainer die dir sagt ich stelle dir genau was zusammen was du machen musst mit intervalltraining und kurz und lang strecke und was auch immer über die woche das sind auch leute auf mich zugekommen haben mir das angeboten ich habe mir das auch mal alles angehört aber im endeffekt habe ich herausgefunden ich bin so sehr mein eigener mensch oder so sehr mein eigener herr dass ich mir das selbst haben gebaut habe ich habe sehr viel literatur gelesen und ich habe einen trainingsplan der ist allerdings von mir selber ich hoffe dass meine ganze erfahrung der letzten 20 jahre sage ich jetzt mal dass ich die ausbezahlt macht dass das auch ohne professionellen trainer funktioniert und hast du noch irgendein spezielles ernährungsprogramm ja ich bin vegetarier und versuche so viel zu schaufen wie nur geht weil ich wiege 62 kilo gerade und ich muss unbedingt ein bisschen schwerer werden meine ernährungsberaterin hat hat gemeint wenn jetzt wenn man mich nicht so auf 67 kriegt dann breche ich zusammen bei den x-alps und ich glaube das nicht ganz aber es könnte schon passieren und ich es einfach so viel wie es geht irgendwie vegetarisch mal alles zusammenzubasteln und ja dann brauchst du aber auch für die x-alps wiederum einen supporter der dich auch vegetarisch versorgen kann der überhaupt weiß wie das vernünftig funktioniert oder bereitest du alles vor dass du sagst hier ich habe schon für 14 tage irgendwelche vegetarische essensrationen bereitet von denen ich weiß ich komme da auf 5000 kilo kalorien pro tag ja das ist voll witziges thema mein supporter simon raffainer das ist so voll der vor alberger und voll urig halt und ist halt alles mögliche und so und wir haben da mal so waren wir auf der hütte und dann hat er mega aufgekocht und dann sind wir drauf gekommen ja halt ich bin ja vegetarier es gibt schon so paar sachen die man jetzt beachten muss aber das kriegen wir gut hin wir kochen ein bisschen vor ich erinnere mich ganz viel von reis und das das klappt was ist mit so speziellen ernährungssachen wie ketogene ernährung also sehr fettreich oder sonst was ganz viele nüsse futtern als vegetarier habe ich schon gehört habe ich noch nie probiert bei mir ist echt seit zehn jahren das thema dass ich mein stoffwechsel ist so hoch ich ich muss einfach nur schauen dass ich so viel wie möglich es weil wir wissen ja alle dass umso größer der schirm umso besser fliegt man im endeffekt auch und mit 62 kilo da fliegst du immer die essgröße am liebsten würde ich irgendwie 80 oder so wegen dann könnte ich auch einen guten schirm fliegen von der größe her das wirst du nicht schaffen was nimmst du für ein schirm für die x-albs und die frage den muss ich gestehen habe ich so oft gehört das ist krass ich war jetzt eben im basano und dann trifft man halt paar leute und das ist so bevor man ein hallo hört hört man so was fliegst du und mir ist aufgefallen die leute konzentrieren sich extrem auf diese frage welchen schirm man fliegt jeder der ein bisschen sich besser auskennt der weiß dass eigentlich fast alle x-albs schirme gleich gehen von der leistung her und dann geht es dann nur noch darum welcher die wirklich besser taugt und bei mir war es so ich bin eben nicht gesponsert das ist freiwillige entscheidung und ich hatte das glück dass ich einfach mal jeden einzelnen schirm im leben also von den x-albs schirmen durchtesten durfte und die gehen alle voll gut mit haugt jeder schirm ich bin überhaupt nicht anspruchsvoll aber es ist wirklich mal so dass der schirm den ich schon am längsten geflogen bin das ist einfach die marke ozone und da weiß ich einfach vom gehirn her da brauche ich am wenigsten gehirn bandbreite den zu steuern der läuft einfach komplett im hintergrund jetzt fliege seit fünf jahren ozone und so wie es ausschaut werde ich den zeolite fliegen und da weiß ich einfach dass der mich auch nach fünf tagen nonstop fliegen nicht überfordert das ist mein plan jetzt x-albs heißt ja hatten wir schon gesagt fliegen auch unter sehr extremen bedingungen trainierst du das auch im vorfeld ja leider also ich wurde genommen drin x-albs in oktober und dann sind die kontakte entstanden zu anderen x-albs teilnehmern und dann hört man halt schon so wie die trainieren und dann kommt halt von den schweizer kollegen dann irgendwie so sachen ja sie gehen auf den berg hoch und gehen halt genau auf die andere seite also ins leh und dann wird dort trainiert und für mich ist es so eine komplett neue welt gewesen das habe ich noch nie gemacht ich weiß schon dass ich im leh fliegen kann aber dass ich mich jetzt extra der gefahr aussetzen muss dass das war noch neu für mich und jetzt ist es einfach so gekommen dass man also ich schaue wetterbericht schaue ich jetzt gar nicht mehr an und ich gehe einfach fliegen wenn wenn ich mich dafür entscheid und dann steht man einfach mal auf dem berg bei 35 kmh bis 40 kmh und dann haut man sich da raus und es funktioniert ich habe jetzt schon ein paar situationen gehabt wo ich mir gedacht habe oh mein gott die die zahlen auf dem xc track die die stimmen jetzt fast nicht mehr wenn dann wenn dann über 100 kmh auf dem xc track steht dann denkt man sich oh mein gott was machst du da gerade sprich mit rückenwind fliegen ich versuche jetzt so gut wie möglich zu trainieren so gut wie möglich das sicher zu gestalten aber viel viel sicherheit ist da nicht mehr dabei ab und zu eine der schwierigkeiten ist ja auch heil wieder runter zu kommen also irgendwo in den kleinsten flecken einen platz noch zum landen zu finden wenn du in irgendeinem tal runtergespült wirst oder sonstiges trainierst du auch sowas jetzt hast du gerade gesagt okay extreme bedingungen aber halt dieser so top lande training oder eng lande training oder wie auch immer man es nennen will ja voll mein bester freund der marco döner der wohnt direkt am chiemsee und da gibt es manchmal so eine schöne westwind föhn konvergenz und ich lande immer in seinem garten und jedes mal wenn ich da lande schüttelte den kopf weil es ist schon manchmal eng geworden und ja der bankt schon so ein bisschen um mich aber bis jetzt habe ich es unter kontrolle und jedoch klar top landings kriegel maurer landings gegen hang und so habe jetzt den ganzen winter trainiert schön im schnee dass man sich nichts bricht weil wenn ich jetzt ausfall das wäre schon war das wäre fies jedoch komplettes programm habe ich schon hinter mir dabei auch irgendwelche blöden erlebnisse gehabt ich habe in meiner ganzen flieger karriere noch kein einziges großes blödes erlebnis gehabt und das ist eine sache da bin ich ein bisschen stolz drauf andererseits frage ich mich wie lang ist es noch so also ich habe jetzt noch nie irgendeine landung gehabt wo ich mir was gebrochen habe oder generell ich habe ich habe mir noch nie was gibt getan beim fliegen es ist noch nie was passiert und ja das ist ein gruseliges thema darüber zu reden man soll den teufel nicht an die wand malen okay dann lassen wir den teufel mal beiseite ich sage es auch das kostet ja eine ganze menge jetzt hast du vorhin gesagt ich will keine sponsoren haben wie finanzierst du das dann ich arbeite volle pulle ich bin immer so ein typ der im oktober november wenn es dann so draußen so neblig wird dann sitze ich mich auf den arsch und arbeite einfach was das zeug hält und ich habe eben paar so kleinere unternehmungen laufen und ich versuche mich da irgendwie durchzubeißen mit meinem eigenen geld ich finde das hat das ist authentisch wenn ich halt nicht irgendeine marke vertritt die mit mir jetzt gar nichts zu tun habe ich versuche auch so ein bisschen beim team zu sparen also markus anders mein nachbar hier in grassau der hat mir von kosten verzählt von über 10.000 euro und da kommt man auch gut hin ich habe ein recht kleines team mit zwei leuten das heißt einfach nur mein hauptsupporter simon und eine physio die franziska ich glaube wir sind recht bodenständig alle und da kriegen wir das hin dass man es nicht 10.000 euro auszugeben so versuche ich das ja selbst arbeiten gute zeitanteilung dass man auch wirklich effektiv ist mit dem arbeiten das ist mein plan aber wenn du sagst okay ich habe keine sponsoren ich bereite mich jetzt und ich habe mir jetzt von märz bis juni juli auf jeden fall komplett dafür quasi frei genommen da wirst du ja wahrscheinlich vor lauter training auch nicht mehr so viel zum arbeiten kommen eigentlich muss man das ja auch quasi als das entgangene einkommen dann quasi auch als kosten mit rechnen dann wirst du doch schnell bei 10.000 euro sein schätze ich mal das stimmt es ist sogar so dass ich überlege mir oft ob der flugtag sich lohnt weil jeder flugtag kostet dann so und so viel geld wo man nicht arbeiten kann also bei mir so ich kann mir immer schon frei einteilen wann ich arbeite und jeder sagt ja das ist ja voll der luxus und so du kannst bei jedem tag jeden wetter fliegen was du willst und suchst du nur die hammertage raus ja schon aber jeden einzelnen tag wo ich nicht in der nicht für mich arbeite verliere ich geld und das kann in manchen monaten wie zum beispiel juni oder mai das ist ein teurer monat für mich weil das hobby kostet mich dann mein komplettes einkommen ja gleitschirm fliegen ist ja eh nicht billig jetzt hast du im vergangenen jahr auch mal die komplette deutsche liga mitgeflogen also du warst bei allen wettbewerben die es gab ich glaube vier oder fünf sind das dann oder genau richtiger was hat dich das gekostet was du das mal überschlagen ja ich habe es überschlagen wenn man wirklich von anfang an bis ende durch fliegt das bedeutet man start man zahlt die startgelder so circa 100 bis 300 euro pro komp dann zahlst du die verpflegung dort dann zahlst du die unterkunft dort die anreise und in der german open letztes jahr in asia spanien zahlst du natürlich auch den flug hin und so weiter und da kommst du definitiv für eine ganze saison nur für den komp ist ja auch über 5000 euro also ja es ist kein billiges hobby und wenn man sich dafür anschaut was man dann gewinnt und zwar in dem blumentopf am schluss dann lohnt sich das finanziell nicht unser unser hobby leider würdest du denn sagen von der erfahrung die du da gewonnen hast jetzt bei dieser ligasaison war das ein gutes investment ja voll ist zwar teuer bezahlte erfahrung aber guter rat ist halt mal teuer ich habe so viel dazugelernt dass sich die strapazen mit dem meine ich jetzt mal para waiting oben am startplatz man wird man wartet ja relativ viel haben sich bezahlt gemacht ja doch was hat ein pilot wie du vom komp fliegen ja also bei mir ist so ich fliege immer alleine rum hier so in den alpen und da lernt man zwar schon viel aber man sieht nicht wie man effektiv fliegt und wenn du jetzt mal auf eine komp gehst wo einfach 130 teilnehmer sind dann sind auch noch 50 freiflieger dabei zum beispiel können und dann hast du einfach 200 leute die den himmel abfliegen und wenn man dann einfach mal nach rechts und links schaut dann sieht man okay der steigt da fliege ich jetzt auch hin und das würde man alleine nie sehen das heißt kompflegen ist essentiell wichtig für fürs vorankommen wenn man einfach sieht wo die steigenden linien sind und alleine würdest du das in zehn jahren nicht rausfinden kompflegen heißt auch pulk fliegen eng miteinander wenn du so ein einsamer wolf bist normalerweise in der luft wie bist du damit zurecht gekommen voll gut ich glaube jeder der sein schirm einigermaßen im griff hat braucht nicht mehr viel kopf gehirn bein bandbreite für steuern vom fliegen darum schaut man eigentlich nur noch auf die anderen und ich habe keine kollision gehabt ich habe allerdings schon viele kollision jetzt gesehen und ja gar nicht so lustig jetzt hast du ja vielleicht einen schirm im griff aber da fliegen ja vielleicht andere rum die auch du hast gesagt da sind freiflieger in kössen oder sonst was die sich da vielleicht mal mit reinmischen du kannst ja nicht von jedem ausgehen dass der immer genau weiß was er dort tut oder jeden anderen so im blick hast wie du sie vielleicht im blick hast das risiko dann dort doch irgendwie mit einem zusammenzustoßen hängt ja auch vielleicht mit dem anderen mit zusammen um passt das zu deinem eigenen risiko vorstellung das ist das restrisiko was man in kauf nimmt die geschichte was du meinst ist wirklich wahr und zwar letztes jahr kössen wir waren über 150 teilnehmer alpencup und da sind wir ins tal raus geflogen dann sind wir zurück geflogen an hang und dann waren halt da diese drei a oder b schirmflieger wenn 150 insus auf dich zukommen und du da schön am hang kreist die wurden dermaßen überfallen und die konnten nicht mehr flüchten weil du kommst aus einer gegel ja gar nicht mehr raus also es gab schon lustige lustige momente da einmal hat der markus mir gesagt da war ein a schirmflieger in der mitte von der gegel geflogen also 150 leute außenrum und der hat dann immer gerufen ich will hier raus ich will hier raus aber kam nicht weil alle ihm den werk den weg versperrt haben und er musste immer weiter drehen ja und er war noch im zentrum wo es dann vielleicht sogar am besten nach oben ging ganz tragisch ganz tragisch gelaufen ist kopf liegen cool nein warum machst du es dann also erzähl erst mal warum ist kopf liegen nicht cool und dann erzähl mir warum du es trotzdem machst ja es ist so man wartet eigentlich nur die ganze zeit ich bin es gewohnt ich gehe auf den berg hoch 9 uhr 10 starte ich und dann mache ich halt mein ding beim kopf liegen fährst du erstmal hoch wartest dann wartest du aus briefing dann wartest du da dann ist auf einmal eine kleine regenwolke dann wird da nicht gestartet man wartet eigentlich nur den ganzen tag und es ist schon oft so gewesen dass wir dann drei stunden oben sitzen am startplatz ja und dann wird der task abgebrochen beziehungsweise gestoppt und dann hast du keinen flugtag obwohl es eigentlich schöne bedingungen gehabt hätte und dann ist es ein verpasster tag und für mich als freiflieger ist es halt es tut weh dann den ganzen tag rumzusitzen dass das halte ich nicht aus sind dort dann wenigstens coole leute dabei das war der größte schock für mich ich bin ja praktisch aus einer kleinen blase hier gekommen im chiemgau ich habe hier so paar freunde und wir sind alles sehr eng miteinander und dann komme ich ins kompflegen die deutsche liga und habe gemerkt hier sind hier sind richtige charaktere also da ist jeder unterschiedlich die die kompf szene in deutschland ist extrem verschieden also du hast da den doktor doktor dann hast du den bam der irgendwo auf teneriffa wohnt und sich so über wasser hält und das problem ist jeder hat irgendwas spezielles und das ist nicht unbedingt das problem sondern es kann auch gut sein aber es sind leute dabei die sind so ehrgeizig dass sie den ganzen tag nicht mehr reden wenn sie einmal am boden stehen als versehen oder zum beispiel in den rückholbussen bei mir so wenn ich lande ich freue mich mittlerweile oft dass ich einfach mal gut gelandet bin und dann sitzt du in dem rückholbus und das totenstille dann wird da noch rum geflucht die stimmung ist manchmal sehr bedrückt weil weil die leute so einen ehrgeiz entwickeln und das macht irgendwie auch die stimmung manchmal ein bisschen kaputt beim kompflegen wenn man wenn man nicht erfolgreich war dann ist für die irgendwie so der der tag gestorben ja wenn du so schnell so aufgestiegen bist man jetzt zwei jahre beschein und sowas du musst ja auch ehrgeizig sein wie machst du das ehrgeizig zu sein ohne muff zu werden wenn du dann abstehst lucia du hast mich gut durchschaut schon also irgendwie muss man ja ehrgeiz haben wenn man da so mitmacht und mitzieht ich habe da schon viele 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 einsame gespräche mit mir selbst geführt so im gedankengang ich hatte auch diese zeit wo vor zwei jahren da bin ich einfach gelandet und dann habe ich geschrien und und das war der schlimmste flug meines lebens weil ich nur 210 kilometer gekommen bin und ich habe da schon so viele erfahrungen mit mir selbst gemacht dass ich jetzt irgendwann mal begriffen habe hey max auch wenn du mal dein ziel nicht erreichst du musst schauen dass du gut drauf bist und irgendwas lernst du immer beim flug und da kommt dieses mindset ins spiel ich glaube beim fliegen ist der kopf viel 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 wichtiger als wirklich das was man wirklich mit den händen macht der kopf ist das wichtigste und den muss man schulen und das klappt hat bei mir geklappt aber es war ein prozess also ich habe ja ich war auch mal so ganz schlecht drauf beim landen wie hast du dieses switchen geschafft was hast du da in deinem mindset geändert dass du vom gefrusteten lander zum sagen wirst ach ich habe mal wieder eine erfahrung gemacht ist gut das war ein prägendes erlebnis da bin ich in rupolding an den weizsehen gelandet das ist so die schönste gegend die es eigentlich gibt das ist wie so klein norwegen da fährt jeder aus dem urlaub hin aus niederlanden kommen die leute für diese sehen platte und ich bin da gelandet und ich war frustriert ohne ende und dann hat mich meine damalige ex freundin dort abgeholt und die hat dann auch noch ein bisschen was abbekommen von meiner frustration und dann hat die immer mal gemeint schau dich mal um du bist am schönsten ort der welt und du bist gesund und du regst dich auf und das war so ein prägendes erlebnis für mich dass ich ab dem tag habe ich gesagt okay das kann es jetzt nicht mehr sein und dann habe ich mich versucht umzustellen und das klappt immer besser oder hat also ging das sofort oder hast du lange gebraucht so langsam zu dem zehn meister zu werden quasi was den mindset des landens betrifft das hat gedauert bis also zwei jahre hat es gedauert und mittlerweile bin ich komplett stress befreit und wenn was nicht klappt dann ist das so und zwei jahre lang harte arbeit fürs mindset aber ich glaube von ich was ich da gelernt habe übertrage ich auch ins echte leben also ich habe das gefühl was man beim fliegen lernt nutzt man auch dann im arbeitsalltag oder im privatleben und ich bin insgesamt viel kompletterer mensch geworden und habe mich extrem gut unter kontrolle und ich profitiere vom fliegen fürs echte leben extrem in welcher form also was siehst du aus dem fliegen wo du sagst gibt es also hast du vielleicht ein beispiel wo du sagst das kann man wirklich sehr sehr gut übertragen und ich kann da sehen das habe ich beim fliegen gelernt und das hilft mir jetzt weiter ja und zwar so bei einem antwort rente flug da triffst du jede minute wahrscheinlich zwei drei entscheidungen und diese entscheidungen haben auch konsequenzen und zwar stehe ich jetzt da irgendwo am boden gleich oder nicht also die konsequenz ist ziemlich hart und im laufe von zehn elf stunden triffst du so viele entscheidungen dass man praktisch lernt wichtige entscheidungen effektiv zu treffen und bei mir ist es so in der arbeit da gibt es eine entscheidung zu fällen und nach 30 sekunden ist diese entscheidung gefällt und da gibt es kein wenn kein aber und ich sehe dann richtig wie andere leute die jetzt nicht so oft entscheidungen treffen dass die da lange rum überlegen soll ich das machen soll ich es nicht machen und dann machen sie oft einen kompromiss und dieser kompromiss ist meistens scheiße weil beim fliegen auch wenn du einen kompromiss machst dann dann fliegst du die mittlere linie und dann stehst du am boden weil die einfach nicht trägt und entscheidungsfindung habe ich durch fliegen gelernt und hilft mir jetzt im echten leben extrem weiter das heißt schnell entscheiden und die linie für die man sich dann entschieden hat im grunde dann auch durchzuziehen und zu sagen okay jetzt muss ich hier weiter da kommen vielleicht noch ein paar baustellen aber die werde ich dann auch noch schaffen ja ich bleibe bei meinen entscheidungen es ist sehr selten dass ich mich auf einmal umentscheid weil meistens meistens geht man landen unfreiwillig auf deinem weg zu dem piloten der du jetzt bist hast du auch relativ schnell immer anspruchsvollere schirme geflogen du hast mir geschrieben du bist quasi vom mescal 4 also einem a schirm direkt auf einen alpina umgestiegen ein c schirm und danach kam schon der 10 und dann der enzo 3 in relativ kurzer folge ist das ein weg wie du ihn im rückblick noch mal gehen würdest ich habe definitiv einen schnellen weg gewählt ich habe den b schirm übersprungen und ich würde es nicht jedem empfehlen also ich hatte situationen in der luft die waren jetzt nicht so cool und für manche leute sind das auch prägende situationen die dann sagen okay ich höre jetzt auf zum fliegen weil das war einfach zu krass ich würde den gleichen weg wählen aber ich habe eine neue also mit der erfahrung habe ich was dazu gelernt und zwar ist es so ich bin für den nächsten schirm bereit wenn ich den stallen kann also full stall am besten dynamic stall dreimal hintereinander in der gleichen achse das hat mir der daniel türkers beigebracht und wenn ich das mit meinem schirm machen kann dann kann ich auf die nächste kategorie aufsteigen und ich muss ganz ehrlich gestehen ich habe full stall erst dann mit zeno angefangen also ich habe davor noch nie einen stall gemacht das heißt da war ich ein bisschen zu wagemutig habe es überlebt aber es waren wirklich bedingungen dabei also situationen dabei die ich mir sparen hätte können so ja vom a schirm auf dem c schirm also als ich den am speikboden dann das erste mal geflogen bin da naja da hatte ich schon angst ja du hast 90 schirm gehabt bis damit direkt zum speikboden gefahren und bist dort geflogen genau so war das und ja da muss ich viele leute auch gefragt was macht jetzt da ich habe mich dadurch gebissen ich bin typ der nicht aufgibt aber im nachhinein frage mich hätte das sein müssen jetzt eigentlich nicht aber ja wenn man sowas will dann manche typen stehen halt da so ein bisschen auf diesen masochismus hast du da noch angst gehabt ja ich habe voll oft angst gehabt ich habe ich bin einer der wenigen die das wirklich zugeben ich habe oft unterm schirm geweint schon meistens bei diesen erst- oder zweitflügen also zeno erstflug in bassano da war ich komplett alleine unten da habe ich da habe ich dermaßen geweint unter der kiste weil sowas kannte ich nicht dass das teil so klappen kann und das war für mich dann so emotional dass ich da mal weinen musste und das ist natürlich aus angst daraus entstanden dieses weinen und ja üble sachen gewesen ja aber ist ja vielleicht auch ein vernünftiges ventil also die einen werden ja vielleicht starr vor angst wenn du wenigstens weinst wein macht ja in der regel eigentlich den körper wieder etwas lockerer also ist vielleicht gar nicht so eine falsche strategie um diesen stress in irgendeiner weise abzubauen voll gut das wird das könnte es sein ja das habe ich noch nie so daran gedacht aber ja voll schön gesagt ja weinst du auch jetzt noch manchmal ja extrem und zwar ist so mir geben viele sportarten ein schönes gefühl aber beim gleitschirm fliegen werde ich emotional und es gibt bei fast jeden flug eine situation längerer flug eine situation wo ich wein und zwar emotional aus freude das passiert wirklich sehr oft zum beispiel wenn ich irgendwo an der basis bin und schaue dann in die berge da kann ich es nicht erklären da werde ich emotional da freue ich mich und dann dann weine ich da einfach zehn minuten unter meinem end so das ist einfach mittlerweile schon gang und gäbe bei mir und ich habe mich daran gewohnt und es sind die schönsten momente für mich wenn ich so emotional berührt bin von ich habe manchmal so ehrfurcht vom fliegen und von der ganzen situation dass ich so emotional werde dass ich dann wein und da weiß ich okay ich habe mir schon die richtige sportart ausgesucht kannst du beim weinen trotzdem noch vernünftig fliegen ja voll also man siehst du da noch was oder läuft die skibrille voll es ist in der tat so wenn du mit dem end so wirklich im vollgas fliegst dann hast du halt deine 60 61 62 und wenn es dann tränt dann dann tut es also ein bisschen weh und ich habe mir dann ein vollvisier gekauft also vollvisier helm und jetzt kann ich da ungestört weinen ja das heißt das rollt das läuft einfach unten aus dem helm dann wieder raus was machst du dann bei den x-halbs auch vollvisier oder dann nur die kleine nussschale auf oben auf dem kopf ne ich bin ich bin eigentlich nur schalenpfleger mir die leute lachen mich ja immer so aus weil ich habe immer orange helme da gibt es diesen petzl schirocco dieser ultra verbotene helm und die leute wissen irgendein typ mit orangen helm das muss der max sein das ist so ein markenzeichen orange nur schale auf dem kopf ja ist die überhaupt zugelassen für x-halbs oder musst du da eine en 966 helm dann haben also ein offiziell fürs fliegen zugelassene helm der der schirocco ist auf keinen fall zugelassen ich habe schon fotos gesehen da hat den schirm den helm komplett zerlegt also es macht wirklich sinn dann zugelassenen helm zu fliegen und ist auch vorgeschrieben bei den x-halbs jetzt muss ich mich an die regeln halten ja auf deiner red bull athleten seite steht als aussage von jeder gibt ja immer so ein kurzes interview ein alone wolf ein einsamer wolf seist du machst in der luft gerne dein ding setzt dich von anderen gerne ab warum gefällt es dir nicht quasi auch mit anderen in der gruppe zu fliegen ich liebe meine freiheit und das ziehe ich schon seit ich seit ich 15 bin oder so durch ich lasse mir ungern was sagen und darum mache ich immer schon mein eigenes ding ich bin ein bisschen eigen und das hat auch negative seiten also wenn du jetzt mit mir fliegen gehen willst ist es manchmal sehr kompliziert weil ich sage in der regel zu ja ich halte mir die option offen und in der früh sehe ich dann okay das wetter hat andere pläne und dann bin ich einfach nicht am startplatz und ich mache immer schon meine eigene suppe und das gute ist dass durch das wachse ich auch viel gelernt dadurch alleine zu fliegen ich komme sehr gut ohne thermik anzeiger klar aber wie gesagt es ist nicht unbedingt nur positiv also lone wolf schön und gut aber es hat auch schattenseiten klingt jetzt auch so ein bisschen egoistisch aber wie viel egoismus braucht ein guter pilot ja das hast du recht recht erkannt ich bin beim fliegen absolut egoist und es ist einfach wirklich so wenn ich irgendwo am startplatz stehe und dann fragen alle leute ja was hast du heute vor welches dreieck fliegst du heute ich werde da nie irgendwas sagen das ist das ist komplett mein mein ding meine welt ich will da keinen druck von außen und wenn ich dann mal in der gruppe fliege und ich sehe die rechte route gefällt mir besser dann fliege ich dahin und zwar alleine auch und mein bester freund der beschwert sich hat sich früher beschwert hey max wieso wieso bist du schon wieder abgehauen und jetzt jetzt hat er mich verstanden vom kopf her dass das brauche ich einfach ich fliege einfach meine route wo ich mich wohlfühle und ich bin nicht ich bin kein gruppenflieger bist du ein bauchflieger wenn du sagst die route wo ich mich wohlfühle oder bereitest du eigentlich vieles sehr akribisch vor viele sagen also viele leute fliegen irgendwie 250 plus und sagen dann so in der öffentlichkeit so ja da hatte ich glück da hat es halt gut getragen und so ich bin der meinung fliegen ist überhaupt kein glück die natur kann berechnet werden und ich bin extremer theoretiker das heißt den ganzen winter plane ich meine routen fliege die im simulator meistens ab und im sommer fliege ich die route dann so nach aber habe praktisch noch diesen spielraum vom wolkenbild also die intuition ist mittlerweile schon so gereift bei mir dass ich eigentlich von der intuition her die route weiß jetzt bräuchte ich nicht mehr so viel planen wie früher aber dieses extreme planen über die winter hinweg die die haben mir viel beigebracht da habe ich viel gelernt was nutzt du da als simulator am condor 2 fliege ich das ist ein segelflugsimulator das ist so ein bisschen nerdy weil du sitzt halt da alleine daheim im winter vor einem computer und fühlst dich wie so ein 15 jähriger aber irgendwie ist halt eine echte 3d karte google earth praktisch und die thermiken werden ziemlich gut nachgebildet und da kannst du einfach deine 300er fa is schon mal abfliegen und dann kennst du dich im echten leben aus obwohl du da noch nie warst super und obwohl das ein segelflugsimulator ist kann man davon auch viel fürs gleitschein fliegen rausziehen ja extrem viel es gibt auch die die deutsche liga hat auch so eine gruppe auf whatsapp die verabreden sich da wirklich zum trainieren und die fliegen dann alle zusammen und machen da wettkämpfe ist es segelfliegen ist mehr oder weniger das gleiche nur schneller bist du auch dabei bei dieser gruppe oder als lonely wolf sagst du nein ich sitze alleine vor meinem condor und liegt da als gefühlter 15 jähriger nerd meine dreihunderte einfach solo ab ich bin dabei und die ersten rennen wurden schon organisiert die schweizer liga macht das übrigens auch also da schwören ziemlich viele drauf doch doch ist gut und wo drin bist du besser gleitschein fliegen oder condor simulator fliegen ich habe schon ein paar abstütze gehabt auf condor also im echten leben bin ich besser definitiv auf wie viele flugstunden kommst du eigentlich so im jahr ja also ich bin einer der wenigen piloten die versucht weniger zu fliegen das das hört sich total komisch an die meisten wollen immer mehr fliegen mehr fliegen ich habe letztes jahr echt darauf geachtet dass ich mal nicht zum fliegen gehe weil ich herausgefunden habe alles über 250 stunden ist ungesund also es war einfach so dass ich 20 21 da hatte ich irgendwie 250 270 stunden und da habe ich gemerkt da hast du keine zeit mehr für die familie dass du keine zeit mehr für die arbeit und über 250 stunden kommst du wirklich nur wenn du jeden tag wo es gut ist fliegen gehst und das wirklich lange das bedeutet du arbeitest in der regel im sommer kaum noch und dann habe ich herausgefunden wow es ist august und ich habe ein komplettes flug burnout also ich hatte im august keinen bock mehr auf fliegen und dann waren wir halt an der gränte und jeder hat sich da gefreut und ich war da wie so ein wie so ein geist ich wusste ich muss jetzt funktionieren ich muss jetzt da meine 270 fliegen sonst bin ich in der wertung hinten aber ich habe da keinen spaß mehr gehabt und da hatte ich ein komplettes burnout habe dann irgendwie zwei monate drei monate fliegen aufgehört dann war ich einmal kurz im bazar und dachte ich mir nee ich muss jetzt eine weitere pause machen das hat wirklich den ganzen winter gedauert und dann bin ich letztes jahr nur noch 200 stunden geflogen und ich glaube 200 stunden ist so die goldene zahl wo man sagt okay du hast schirmkontrolle aber es ist ja noch so dass du ein bisschen nebenbei leben kannst und vielleicht auch mal ein bisschen arbeiten gehen kannst im sommer in einer e mail hier im vorfeld hast du mir geschrieben jeder der mehr als 200 stunden pro jahr fliegt hat einen schlag ja hört sich voll schlimm an ist aber auch so wie viele leute mit schlag gibt es in der szene also über 250 stunden kommen schon schon viele die da im xc vorne mitfliegen also ich kenne langsam alle und über 250 stunden das sind sehr spezielle leute die wirklich für den sport leben und da ist das problem dann so die machen ihr leben vom fliegen aus also fliegen ist das wichtigste das lebensmittelpunkt und wenn die nicht fliegen dann sind die unglücklich und ich habe das auch total also ich habe das wirklich rausgefunden dass alle leute die über 250 stunden fliegen die die haben irgendein problem wage ich jetzt mal zu behaupten die die flüchten sich vor irgendwas weil ich glaube nicht dass die leidenschaft wird nicht besser umso mehr du fliegst also über 250 stunden das ist das ist irgendwie ungesund das ist wie ein junkie der dann einfach noch mehr braucht aber vom nächsten schuss nicht mehr bekommt so ungefähr komplett so ist so du hast auch geschrieben ich kenne keine sport community die so komisch ist wie die flieger und ich mache fast jeden sport den es gibt hast du mir geschrieben ist ja interessante sichtweise auf die fliegerei ich meine du bist auch einer der sehr sehr viel da fliegt und so weiter was ist so komisch an den fliegern also unter fliegern da findest du nur also nur komische leute zwar positive auch gesagt ich meine komisch heißt ja nicht negativ jeder flieger ist ein absoluter individualist das ist kein sport den du jetzt einfach mal so 0 auf 15 machst das heißt allein wenn du schon überlegst fliegen zu gehen dann bist du immer so freiheitsliebend individuell auch oft egoisten weil es ist kein mannschaftssport und ich habe herausgefunden dass zum beispiel eine eine surf community oder eine eine segel community das sind viel gechilltere leute und ich würde sagen die agro flieger haben so ein bisschen eine gute stellung die sind normale leute aber sobald du in die xc-richtung gehst da fällt dir auf dass jeder mensch ein absolutes unikat ist das macht das ganze auch wieder interessant aber es ist manchmal nicht so einfach mit dieser community da klar zu kommen jeder hat so eine krass eigene meinung ich meine schau dir mal auf facebook so die kommentare an über so gleitschirmthemen da wird da sind solche wilden leute dabei also manchmal wundert es mich und das ist bei anderen sportarten nicht so ich meine in sozialen medien kriegt man ja alles mögliche um die ohren gehauen und jeder traut sich da sachen reinzuschreiben die ja im normalen gespräch wahrscheinlich nicht so sagen würde also nicht jeder aber sehr es gibt leider ziemlich viele charaktere die dann in diese richtung manchmal tendieren wenn sie einfach nur in so eine soziale blase da hinein schreiben dürfen würdest du sagen aber trotzdem beispielsweise surfer ich nehme jetzt mal als surfer ich nehme an du meinst die wellenreiter die das machen ja die sind ja im grunde auch individualisten weil jeder reitet seine welle ja und man reitet jetzt auch nicht zu dritt nebeneinander auf einer welle sondern es ist immer klar okay man wartet die wellen ab und einer schafft es am besten aufs brett und die anderen drehen dann ab weil sie sagen okay das ist jetzt die welle von dem man will sich halt auch nicht in die quere kommen oder sowas aber trotzdem ist da jeder schon um surf verrückt irgendwie und auch in so seinem ganz eigenen space da würdest du trotzdem sagen die flieger sind nochmal was anderes ja weil beim surfen ist so nach deiner session du sitzt durch einen strand hin und dann machst du dir dein bier auf und redest zusammen wir flieger wir landen viertel nach acht nach 20 Uhr irgendwo in irgendeinem dusteren Tal und müssen dann drei Stunden noch zurück trampen und diese Leute die müssen irgendwie speziell sein dass denen das gefällt und darum die Flieger Community ist definitiv speziell und das hat schon auch seinen Reiz auf dieser also wenn man so sagen will nach oben auf einer Richterskala des Schlaghabens ist das der Flieger wo würdest du dich da einordnen auf 50 Prozent auf 90 Prozent also ich habe definitiv selber auch einen Schlag das habe ich ja schon zugegeben dass ich so ein bisschen mein eigenes Ding immer gern mache und so ich habe das Gefühl ich bin aber noch relativ normal also ich bin genau bei 50 Prozent das ist die goldene Mitte das ist so mein Lebensmotto nichts zu extrem nicht zu wenig genau bei 50 Prozent bin ich und so lebe ich ganz gut und so komme ich auch mit anderen Leuten ganz gut klar kann man intensives Gleitschirmfliegen aus deiner Sicht überhaupt in irgendeiner Weise sozialkompatibel betreiben ne geht nicht das da musst du da musst du wenn du all in gehen willst und da vorne mitspielen willst in der XC Wertung dann musst du dein Ding da durchziehen und da ist einfach nicht viel mit Leuten mitreden vielleicht diese fünf Minuten am Startplatz aber jeder der da irgendwie ein bisschen ernster dabei ist der schaut da vorher lieber noch Wetter an anstatt da mit anderen Leuten redet also man muss all in gehen wenn man da dabei sein will ja und wenn man dann Leute noch als Freunde hat sind das Leute die auch noch fliegen mit denen man dann also weiß die sind in demselben Mindset wie ich die Fäden verstehen dass ich jetzt nichts zu sagen habe man fährt vielleicht gemeinsam noch zum Startplatz hin oder von München nach Bassano oder was auch immer sagt da hat man ein paar Stunden wo man ein bisschen quatschen kann aber das war es dann auch dann in der Luft trennen sich die Wege und vielleicht trifft man sich am Ende wieder um zurückzufahren genau so ist es ich habe nicht viele Leute mit denen ich fliegen gehe aber zum Beispiel Markus Anders der Team Germany 1 von den XAlps der ist mir sehr ähnlich so von der Einstellung her der geht halt einfach fliegen er redet da nicht viel rum macht sein Ding fliegt seine eigenen Routen ja also man das ist schon so ein roter Faden bei den Leuten die sich da mit denen ich fliegen gehe das ist einfach so siehst du da auch noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen also sind Piloten haben die einen größeren Schlag als fliegende Pilotinnen Frauen sind im Gleitschirmsport glaube ich so nochmal ein bisschen spezieller weil ich meine ein Mann der sich das antut so XC fliegen macht ja nicht immer Spaß und da sind ja auch Sachen dabei wo man sich durchquellen muss und wenn du eine Frau findest die die so fliegt dann da muss die schon sehr speziell sein und ja doch das sind ganz Spezielle dabei ja hast du Freundinnen die fliegen? ich hatte wirklich zwei Freundinnen die geflogen sind und das ist ja dieses große Thema am Startplatz immer ich höre schon gar nicht mehr zu so wow ich hätte gerne eine Freundin die fliegt und so und jeder stellt sich das immer so schön vor und das ist so der Traum da den Abgleiter zu machen zusammen ich hatte das und ich bin extrem dankbar für diese ganzen Erlebnisse die man da erlebt das sind extrem extrem schöne Erlebnisse das Problem ist man 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 macht sich seinen eigenen Sport kaputt und zwar funktioniert das so du gehst zusammen fliegen es ist ein XC Tag dann willst du einfach um 9 Uhr starten und dann ist deine Freundin noch nicht fertig beziehungsweise sie sie macht sich noch fertig und sie will nicht gestresst werden weil es natürlich ruhig also man will ruhig bleiben und dann haust du dich da einfach raus und das ist ja kein schönes zusammen kein schönes Erlebnis und das Problem ist dann gehst du zusammenfliegen und du hast diesen Beschützerinstinkt und da schaust du immer mit dem rechten Auge irgendwo okay versenkt sich die da gerade nicht im Lee oder irgendwo wo es halt unlandbar ist und man kann diesen Beschützerinstinkt nicht ausschalten und dadurch ist so immer als ich dann mit meinen Ex-Freunden da fliegen gegangen bin hat das einfach keinen Spaß für mich gemacht ich habe für zwei Leute gedacht ich war nicht 100% bei meinem Schirm und ich habe das Gefühl du machst dir den Sport kaputt ich fahre damit viel besser wenn man sagt okay ich gehe alleine fliegen und lasse jeden daheim und dann konzentriere ich mich wirklich 100% auf mich und dann fliege ich selbst auch sicherer das ist meine Erfahrung wir haben vorhin über Mindset gesprochen du könntest ja auch den Mindset ändern und sagen okay wenn ich zumindest an den Tagen an denen ich mit meinen Freundinnen wenn du eine hättest die jetzt auch noch fliegt ich gehe mit der fliegen dann mache ich es halt wirklich als sehe es als gemeinsames Erlebnis und dann stelle ich quasi meinen sportlichen Anspruch zurück und sage das Schöne ist ja dann ihr vielleicht zu helfen in der Thermik da hochzukommen oder Sonstiges und da quasi ein bisschen nicht den Lonely Wolf zu spielen sondern den Leitwolf der da den anderen irgendwo hinführen kann hört sich voll romantisch an aber dann dann bist du kein Typ der bei den X-Halves mitmacht ganz einfach also ich glaube man muss man muss auf sich selbst schauen und sich vorwärts bringen und da glaube ich ist dieser Egoismus zu stark dass man sich da so ich wirke jetzt wahrscheinlich super unsympathisch aber wenn du an die Spitze kommen willst dann musst du dich um sich selbst kümmern und ja so ist das dann Wie viel Selbstkasteiung gehört dann auch dazu? Was bedeutet das? Selbstkasteiung Ah das ist ein alter religiöser Begriff wo Mönche sich früher kasteit haben sie schlagen sich quasi selber oder bestrafen sich selber oder machen es sich selber besonders schwer sie wollen körperliche Schmerzen spüren und Sonstiges um mit dem Höheren in Kontakt zu treten also im letzten auf Sport übertragen wäre okay du musst ungeheuer viel investieren und dich dir selber vielleicht auch körperliche Schmerzen zuführen beim Training oder was auch immer um eben diese höheren Leistungen zu erreichen Voll schöner Begriff Lucian cool da gehört sehr viel dabei dazu und zwar ich merke es jetzt bei mir selber so die Leute fragen mich hey Max du morgen habe ich Geburtstag gehen wir feiern und so und ich würde da super gerne mitgehen auf die Feier aber so so gibst du nicht 100% und ich habe mich jetzt schon oft dabei erwischt ich sage die schönsten Events jetzt ab weil ich daheim auf der Rolle sitze ich muss gestehen Weihnachten habe ich irgendwie Mittag mit der Familie verbracht und auf Nacht drei Stunden auf der Rolle Indoor Training und das ist glaube ich dieses Selbstbestrafen was man machen muss damit du wirklich nach oben kommst Was denkst du wenn du dann so drei Stunden auf der Rolle sitzt und eigentlich weißt ich könnte jetzt auch auf einer Party sein Ich habe das Ziel vor Augen ganz klipp und klar das Ziel treibt einen an und wenn du denkst nee da verpasse ich gerade was dann bist du einfach nicht diszipliniert genug nee also diese Selbstdisziplin habe ich gelernt und ich frage mich also als ich mich bei X-Albs angemeldet habe da war das entschieden und seitdem gibt es kein Zurück mehr und das ziehe ich durch da muss man diszipliniert sein Was ist dein Ziel für die X-Albs Voll interessant mein Supporter meinte ich würde so gern auf dem Floß landen das war aber im Endeffekt sein Ziel das ist gar nicht mein Ziel bei mir ist es so ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht bei Rennen ich mache mein ganzes Leben schon Wettkämpfe und ich hatte einfach ganz üble Wettkämpfe wo ich nichts draus gezogen habe wo ich einfach nur eine schlechte Zeit gehabt habe das bedeutet mein absolutes Ziel für die X-Albs ist es eine schöne Zeit zu haben wo ich in 3-4 Jahren sage okay damals das war cool das will ich also ich will ein schönes Rennen haben und zu einem schönen Rennen gehört bei mir auch dass ich so ein bisschen so einen Magic Move oder sowas mache also sowas darf man eigentlich nicht ankündigen und so aber ich würde gerne irgendwas ein bisschen Spezielles machen wo so meinen Charakter unterstreicht okay da hat er da hat er jetzt halt irgendeine andere Route gemacht die jetzt eigentlich die anderen nicht fliegen würden das sind so die die schönsten Rennen für mich die Wettkämpfe die wo so der Charakter durchkommt von jemandem von deiner bisherigen Gleitschirm Karriere gibt es da Momente wo du gesagt hast oh das war ein Magic Move den du quasi da schon mal gemacht hast ja voll witzig ja voll witzig also genau letztes Jahr erst so im Mai da war die erste Ausgabe von einem Hike und Fly Rennen das heißt X-Race Salzkammergut und da waren halt die ganzen Locals dabei die da halt seit 30 Jahren wohnen und der Veranstalter ist auch direkt vor Ort und fliegt super gut und ja ich bin halt da auf den Berg hochgegangen und die Leute haben schnell schnell gemacht und haben die Flugroute an die an die an die Straße angepasst also die Leute sind so geflogen dass sie immer diese Straße zum Landen im Kopf hatten naja und ich bin halt da das erste Mal geflogen und wie gesagt Intuition und ich habe mir das Wolkenbild angeschaut ja und dann bin ich halt da voll in die Pampa geflogen bin die wildeste Route hinten rum über die Berge geflogen und da hat es super getragen ich dachte gar nicht an Landen das war einfach alles super und dann bin ich am ersten Turnpoint gelandet und dann habe ich diese Tafel nicht gefunden zum Unterschreiben und dann dachte ich mir oh mein Gott jetzt habe ich mir den falschen Turnpoint eingespeichert und war der Loser glaube ich der erste Turnpoint genau der Turnpoint Loser dann dachte ich mir scheiße jetzt bin ich echt falsch naja und dann habe ich halt so bin ich da rumgewandert und auf einmal ist da so ein Auto angerast gekommen und dann steigen dann zwei Leute aus hey du bist ja viel zu schnell wir haben die Tafel noch nicht mehr aufgebaut und es gab praktisch noch keine Verpflegungsstation kein gar nichts weil die Leute haben niemals gedacht dass man da so schnell hinkommen kann und der komplette restliche Wettkampf also ungelogen jeder einzelne andere ist diese Straße an der Straße in Not gelandet und die Locals haben dann zu mir auch gesagt so wo du geflogen bist da würde ich niemals reinfliegen weil du da halt irgendwie drei Tage raus gehst zu Fuß und das ist dieser Vorteil wenn man wenn man erstens nicht local ist und zweitens wenn man einfach so ein bisschen so seinen eigenen Kopf hat und sich nicht an andere Leute hält wie machst du es dann bei den X-Albs bereitest du dich intensiv vor auch jetzt in den nächsten Monaten dass du sagst wenn die Route dann bekannt ist die fliege ich schon mal alles ab oder bist du eher einer der auch sagt nee ich will sie also ähnlich wie Kriegel vielleicht der dann sagt ich will es gar nicht so genau vorwissen damit ich nicht schon irgendwelche vorgefassten Meinungen habe damit ich dann wirklich in der eigentlichen Rennsituation dann entsprechend frei entscheiden kann ja ist wirklich ein Nachteil wenn man local ist zum Beispiel Kössen da kenne ich jede Ecke und im Comp da haben mich alle Leute gefragt hey Max wo würdest jetzt du da hinfliegen dann sage ich da die Nordseite die fliegt man nicht an wenn man hier wohnt die geht nie und dann bin ich südlich geflogen naja und dann haben mich irgendwie 80 Leute überrollt weil alle nördlich geflogen sind und ja das ist ein absoluter Nachteil ich werde da nicht viel rumfliegen nee okay Max danke dir für deine wunderbaren Erzählungen ich glaube da werden einige in positiver Weise sich ein bisschen zwischendurch vor den Kopf gestoßen gefühlt haben aber das ist ja auch gut weil dann wird es mal durchgerappelt und dann kommen auch neue Ideen dann aus irgendwelchen hinteren Hirnwindungen wieder gekrochen erfrischende Sichtweise auf unsere Gleitschirmszene und wie wir so ticken auch was Leistung betrifft was Egoismus betrifft und sowas ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den X-Alps Erfolg für deinen Stil dass du sagen kannst ich ziehe das raus was ich für mich dort rausziehen will und wenn es am Ende sogar zu einer Landung auf dem Floß gereicht dann wird ja dein Supporter auch noch glücklich damit dann wäre das auch klasse ich werde es auch mal ganz begeistert verfolgen welche speziellen Routen du dann vielleicht wählst und welchen Magic Move du dann vielleicht wirklich aus dem Boot zauberst mega cool hey danke dass ich da sprechen durfte bei dir Lucian ja super gerne das war die Potsglitz Folge 104 mit Maximilian Leudl wie immer gibt es in den Shownotes im Gleitschirmblog Lugleitz einige weiterführende Links mein Name ist Lucian Haas ich bin der Produzent von Potsglitz und Herausgeber von Lugleitz gehörst du zu denen die meine Arbeit an Podcast und Blog schon unterstützen danke ansonsten kann ich dir nochmals ans Herz legen so ein Angebot wie Lugleitz und Potsglitz gibt es kein zweites Mal in der Gleitschirmszene trage mit dazu bei dass ich beide Projekte auch zu deinem Vergnügen weiter betreiben und entwickeln kann alle nötigen Infos wie du ganz einfach und ohne jede Verpflichtung zum Förderer werden kannst findest du auf lugleitz.blogspot.com auf der Seite fördern Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z allgemein gilt bei mir die Regel jeder gibt so viel wie er für richtig hält beziehungsweise was ihm so ein Angebot wert ist falls du dir trotzdem unsicher bist welche Fördersumme vielleicht angemessen wäre dann mache ich dir einen unverbindlichen Vorschlag wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz selbst übers Jahr zusammengerechnet ist das für dich immer noch günstiger als die Abo-Gebühren eines klassischen Magazins übrigens ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens hast du einen Vorschlag dann erzähle mir davon und schicke wenn möglich gleich auch die Kontaktdaten am besten per E-Mail an blugleitzkontakt at gmail.com bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal